Diese Qualität und dann mit diesen Glitzer-funkelnden... Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich heute für euch ein Haul und zwar ein Shop Cider Haul. Ich habe schon mal mit Shop Cider gearbeitet. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass wir zusammenarbeiten. Die Sachen wurden mir zugeschickt, also ich durfte mir die Sachen selber aussuchen. Vielen Dank nochmal als Shop Cider dafür. Und Leute, ich habe diesmal so gut... Also, ihr werdet sehen, auch mit den Größen. Diesmal bin ich besser gewesen mit den Größen raussuchen und die Sachen sind einfach so cute, so nice. Ein paar Sachen hier und da muss ich nochmal umnähen. Dafür habe ich mir extra eine Nähmaschine geholt, aber ansonsten, die Sachen sind perfekt. Die Sachen sind perfekt. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, was ich alles geholt habe. Ich habe sehr viele Sachen geholt, sehr viele Sachen. Das Video wird auch etwas länger, aber it is what it is, nicht wahr? Ich versuche, das unter 20 Minuten zu kriegen, aber dann fangen wir mal direkt an. Aber bevor wir anfangen, Leute, vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für nochmal tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir endlich mit diesem Video an. So, als allererstes habe ich hier ein Kleid. Das ist dieses Kleid. Das ist ein wunder, 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 wunderschönes Kleid. Ich tue immer, ich rutsche mal so, dann tue ich immer hier das Video hin, was ich gedreht habe zu dem Kleid, dass ihr euch das anguckt. Genau, ich bin 1,60 Meter groß, okay? Dass ihr so Bescheid wisst, wie das dann bei euch passen würde. Die Größen werde ich, glaube ich, mit hier angeben oder ich werde die Größen sagen, je nachdem. Ich glaube, ich werde sie angeben, die Größen. Also, es ist dieses wunderschöne Kleid mit den Blumen. Schaut mal. Es ist so ein leichtes Gelb, ist das Kleid. Also, ich würde nicht sagen Off-White. Es ist wirklich schon gelblich. Die Kamera fasst das vielleicht nicht so. Es ist so gelblich. Kommt hier mit so Riemchen zum Zumachen. Vorne sind auch noch Riemchen zum Zumachen. Es ist ein super, super langes, langes, langes Kleid. Es hat nirgendwo einen Schlitz oder sowas. Es ist einfach ein super langes Kleid. Und ja, es ist wunderschön. Also, es liegt sehr eng, muss ich sagen. Sehr, sehr eng. Ein bisschen zu eng. Aber es ist ein wunderschönes Kleid, das ich in der Größe, let me check, S. Ich habe das in der Größe S geholt. Wahrscheinlich deswegen. Ich hätte das in der M holen sollen. Es ist sehr eng. Also, es ist sehr körperbetont. Zu körperbetont für manch andere. Aber für mich ist es in Ordnung. Genau. Und ich liebe halt diese Sachen, die da drauf sind. So die Blumen. Da sind ein paar Marienkäfer schön. Schmetterlinge sind drauf. So diese verschiedenen Blumen, die da drauf sind. Man hat Farben. Lila, Blau, Grün, Rot, Pink. Ich liebe es. Ich liebe das Kleid. Es ist ein wunderschönes Kleid. Und das ist das allererste. So, das nächste Kleid, das ich habe, ist auch ein etwas längeres Kleid. Nicht so lang wie das erste. Aber es ist dieses wunderschöne Kleid. Das ist so ein bisschen, das Material ist so ein bisschen Wollemäßig. Hat auch diese Träger hier, die sehr süß sind. Super süß gemachte Träger. Finde ich voll nice. Wie gesagt, es ist ein langes Kleid. Das hat auch keinen Schlitz. Es ist so wollartig. Hier unten hat es so ein, sagt man, so ein Ende. Sagt man dazu so ein Ende? Weiß ich nicht. Ist auch mit so einem Blumenmuster. Aber wie ihr sehen könnt, grün-weiß. Und das Grün, das ist kein grün-grün. Das ist so ein off-grün, würde ich schon fast sagen. Das finde ich halt voll schön. Hinten der Rücken, der ist einfach. Das ist ein schönes Kleid, so zum Picknicken gehen oder was weiß ich. Einfach so ein legeres Kleid, würde ich schon sagen. Und das habe ich in der Größe M geholt. Ich werde unten natürlich auch alles verlinken, so wie ich es angezogen habe. Dann habe ich das Kleid. Als nächstes habe ich mir dieses kleine Kleidchen geholt. Das ist so süß. Ich fand das so süß. Leider ist das auch so ein Wollkleid. Also die Qualität ist bombe. Es ist halt so ein Wollkleid. Und wie ihr sehen könnt, wir haben drei Farben. Einmal dieses, es ist kein schwarz, es ist so ein ganz dunkles Rot. Wir haben Pink, wir haben Blautöne. Und es ist ein kürzeres Kleid. Kann man gut halt auch ohne BH tragen, meiner Meinung nach. Hat diese dünnen Träger hier vorne. Das habe ich in der Größe. Also es passt bei mir auch sehr gut. Ich hatte keine Probleme mit der Passform. Ich habe das in der Größe S geholt. Und das war eine gute Entscheidung, weil hätte ich es in der M geholt, hätte es wahrscheinlich beim Rücken, Übergang Rücken zum Po, nicht so gut gesessen. Deswegen bin ich froh, dass ich das in dieser Größe geholt habe. So, als nächstes habe ich dieses wunderschöne Kleid. Und leider sitzt das so ein bisschen komisch. Also es ist dieses wunderschöne weiße Kleid. Auch wieder mit Blumenmuster. Aber es sind so Blumen, die nicht zu kräftig sind. Es ist so leichte Blümchen. Das finde ich ganz gut daran. Es sind leichte Blümchen. Es ist in weiß, es ist lang. Und es hat so ein Samt oder, nicht Samt, sondern so ein, ich weiß nicht, wie man das Material jetzt gerade nennt. Aber dieses leichte Material, was man normalerweise sehr, sehr leicht kennt, dieses Flowy-Material, bei dem ist es ein festes Material davon. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Material noch in einer festeren Struktur gibt. Und das ist auf jeden Fall fester. Hinten ist es komplett offen. Also das heißt komplett offen, aber ihr seht es, hinten ist es offen. Hinten sitzt es aber leider nicht gut. Das ist mein Problem. Man bindet hier diese Schnür um, aber es sitzt nicht richtig gut. Es kommt auch hier an der Seite mit einem Reißverschluss. Es hat nirgendwo einen Schlitz oder sowas. Und das Kleid geht so, dass es oben eher enger ist und dann nach unten hin sehr weit wird. Ihr seht das ja hier. Ich finde die Passform, also es passt hier halt nicht richtig. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe das Kleid geholt in der Größe L. Und das war eine gute Entscheidung, weil sonst hätte das oben auch, es passt halt gerade so. Ich müsste mir nur überlegen, was ich dann mache mit der Schnürung hinten. Ob ich das irgendwie wegmache oder ich weiß, wir werden sehen. Dann habe ich als nächstes eins meiner Lieblingskleider. Und zwar das hier mit diesen wunderschönen, diese wunderschöne Bedruckung. Das sind so eine Zitronen. Da sind Zitronen drauf. Aber ich finde die Farbgebung, dieses Blau mit den Zitronen und dann hat man auch noch dieses Grün mit drauf. Einfach wunder, wunderschön. Es hat auch so dünne Träger, die man verstellen kann. Das finde ich Bombe. Es kommt auch mit einem Reißverschluss hinten, der sehr weit runter geht. Das hat mir sehr gut gepasst, muss ich sagen. Und die Raffung. Die Raffung fand ich halt sehr interessant. Und auch hier dieses Unterie hier am Kleid fand ich auch sehr schön. Es ist ein wirklich süßes Kleid und passt wirklich sehr gut in den Sommer rein. Ich habe das geholt in der Größe, let me check. Oh, ist da keine Größe dran? Doch, in der Größe L. Und ein Glücklicherweise habe ich das in L geholt, weil sonst hätte ich das kleiner geholt. Das hätte nicht gepasst, weil Dehnungsmäßig ist nicht wirklich was da. Also es dehnt sich nicht wirklich. Wenn ihr das holt, dann holt lieber eine Größe Größe als das, was ihr normalerweise tragt, würde ich sagen. Ich habe eine L, wie gesagt. Dann habe ich mir noch dieses Kleid hier ausgesucht, Leute. Das hatte ich auch schon an bei der Standesamt-Hochzeit meiner Freundin. Dieses wunderschöne Kleid. Die Farbe ist auch so eine Champagnerfarbe mit diesem rötlichen Blümchen. Man sieht aber auch grün. Dazu schaut mal, das ist so schön. Und das würde ich sagen, das hat wirklich diesen Satin. Genau, das ist das Satinstoff. Dieser leichtere Satinstoff. Das andere war auch Satin. Aber so ein härterer Satin. Was ich bis jetzt noch nicht irgendwo gesehen habe, aber naja, egal. Ja, jedenfalls habe ich das angehabt. Und ja, es ist ein wunderschönes Kleid. Wie Ausschnitt. Süße Träger, die man verstellen kann. Das ist mir immer wichtig, wenn man diese Träger verstellen kann. Kommt mit einem Reißverschluss an der Seite, dass man es aufkriegt. Und ja, es ist ein... Es verläuft unten so wie so ein... Es verläuft nicht gerade, sondern schräg. Genau, mit einer schrägen verläuft das. Und hat dann hier auch so kleine, wunderschöne... Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, so zum Schluss. Aber es ist einfach nur sehr schön. Und das habe ich in der Größe L geholt, weil ich wusste, auf der Seite steht dann immer sowas wie dehnbar, leicht dehnbar, super dehnbar. Und das war gar nicht dehnbar. Ist es auch nicht wirklich. Und deswegen habe ich auch das in der L geholt. Überall, wo steht, dass da kein Dehnung mit drin ist, hole ich lieber größer. So, als nächstes habe ich dieses Kleid hier. Ich fand die Farben super interessant. Also es sind auch Träger, die man verstellen kann. Ich fand die Farben sehr schön. Wir haben einen Pink, wir haben Weiß, wir haben Grün. Und das Grün und das Weiß, das verläuft so ineinander. Es hat sowas... Ich finde, es hat sowas Malerisches, Künstlerisches. Deswegen habe ich mir das geholt. Ich dachte, es kann auch gut aussehen. Und mir gefällt es auch. Es ist ein sehr langes Kleid und kommt auch an der Seite mit so einem Schlitz. Und es ist aber auch das Kleid ist leider so wollenhaft. Also es ist... Ja, es ist warm. Jetzt mit 34 Grad bald? Nein. Maximal ab 20 Grad würde ich das Kleid tragen. 20 Grad bis maximal 25. Ansonsten ist es zu warm. Aber, ja, mir gefällt es, wie gesagt, von der Farbe, von der Passform. Es ist ein sehr, sehr schönes Kleidchen. Sehr, sehr schönes Kleid. So, als nächstes habe ich dann dieses Neckholder-Kleid, was man auch am Hals zumacht mit diesen beiden Schmürungen. Das Kleid ist ein weißes Kleid. Leider auch wieder... Die haben diese Kleider... Alle sind so eine Wollkleider. Ich weiß nicht, wieso. Und es hat Bananen drauf, wie ihr sehen könnt. Bananen sind darauf gedruckt. Es ist ein kurzes Kleid. Hinten ist es offen. Also der Rücken ist so halb offen, würde ich sagen. Und es ist ein kurzes Kleid. Ihr seht es ja da. Das finde ich auch... Also auf der Seite fand ich es irgendwie schöner angezogen. Finde ich es in Ordnung. Also ich hatte es auch schon an auf der Straße. Es ist okay. Und das habe ich in der Größe M geholt. Ja, es ist in Ordnung. Hab nicht viel dazu zu sagen. Ich fand das mit den Bananen ganz lustig und ganz hübsch. Deswegen habe ich mir das geholt. So, ich habe mir einen einzigen Rock geholt. Und seit dem hier... Der ist aber auch Wolle. Ich sag euch, ich habe nur so Wollklamotten. Der ist auch Wolle in dieser bunten Farbe oben. Der Bund ist blau. Unten haben wir auch blau. Und der Rest, wie ihr sehen könnt, ist bunt. Der sitzt perfekt. Ich habe den in der Größe... Wer ist die Größe? Ich habe ihn in der Größe S geholt. Der sitzt wirklich perfekt. Aber Woll drauf. Ich würde ihn trotzdem im Sommer tragen. Nur nicht, wenn es zu heiß ist. Aber generell... Also ich würde ihn trotzdem tragen. Es darf nur nicht zu heiß sein. Vielleicht trage ich ihn sogar heute nachher, wenn ich mich mit meiner Schwester treffe. Mal gucken, mal gucken. Das ist der hier. Ist ein schöner Rock. Also vorne und hinten. Same difference. Ja, ein Wollrock. Für den Winter perfekt. Mit so gut einem süßen Oberteil. Oder auch, wie gesagt, würde ich trotzdem im Sommer tragen. Dann habe ich mir drei Zweiteiler geholt. Zum einen diesen Zweiteiler. Das ist erstmal das Oberteil. Das sieht jetzt hier vorne gerade... Ihr seht, das sieht so aus. Man bindet das vorne. Aber ihr seht das jetzt hier in dem Video. Die Struktur davon, das ist auch so ein Satin. Die Struktur und die Musterung, Bombe. Finde ich so hübsch. Also ich habe mir das geholt, wenn ich wegfahre. In Berlin würde ich jetzt nicht tragen, das Oberteil. Die Hose schon, aber das Oberteil jetzt nicht. Aber für den Urlaub, perfekt. Für den Urlaub sieht es einfach richtig nice aus. Und das ist die Shorts dazu. Die ist auch völlig in Ordnung. Die passt auch ganz gut, muss ich sagen. Also das Oberteil habe ich in der Größe L geholt. Man kann das auch separat holen. Also man muss das... Oh, da kam das zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob es als Set verkauft wird. Müsstet ihr dann auf der Seite schauen. Ich glaube, es wird als Set verkauft. Ich habe, wie gesagt, das Oberteil in L. Und die Hose müsste auch in L sein. Ja, ist auch in L. Und so sieht die aus. Das ist in Shorts. Sieht so bunt. So, boah, lässt sich gut dehnen. Die passt auch wirklich gut. Also normalerweise passt mir ja sowas nicht. Aber die passt wirklich gut. Und für den Urlaub einfach nur perfekt. Eins zu eins dasselbe. Sieht voll nice aus. Das gefällt mir. Das ist ein guter Kauf gewesen. Das nächste Set, was ich habe, ist das hier. Das ist ein wunderschönes Set. Ein wunderschönes Set. Einmal das Oberteil. Mit diesen Blümchen in so einer Aprikot-Farbe. Einfach ein lovely Oberteil. Ihr seht ja, das ist so schräg. Hier die Halbdäckung läuft schräg hier rüber. So ist das gemacht. Und dazu gibt es den passenden Rock. Ich glaube, das gab es auch als Set. Der Rock ist auch etwas länger. Es hat hier so eine Raffung an der Seite. Den habe ich in einer Größe M. Den habe ich in einer Größe M. Und ich denke mal, das Oberteil habe ich auch in einer M geholt. Ja, auch das Oberteil ist in einer M. Also beides habe ich in einer M geholt. Es ist wirklich ein schönes Set. Ich freue mich schon, das zu stylen. Also ich würde es auch als Set tragen. Man kann natürlich den Rock oder das Oberteil separat auch tragen. Aber ich glaube, ich würde die beiden Sachen als Set tragen. So, als nächstes habe ich dieses Set hier leider. Also das Oberteil ist in Ordnung. Ach, die Hose passt mir irgendwie gar nicht so richtig. Also sie ist viel zu groß. Oberteil habe ich in einer M. So sieht es aus. Man kann auch hier die Träger verstellen. Und das Coole ist, es ist zwar so grünlich. Also dieser Stoff ist derselbe wie von der Hose. Aber hier oben bei den Boots hat man so eine... Das ist ein ganz anderer Stoff. So eine Vernähung mit drin. Seht ihr das? Und das ist die Hose dazu. Wie gesagt, die ist eigentlich voll cool. Ich dachte mir schon, mir mal so eine Hose, die so ein bisschen leger ist. Das habe ich in einer L. So ein bisschen leger, so flowy, moey. Aber die ist ein bisschen zu groß, würde ich sagen. So ein Ticken zu groß. Ich weiß nicht genau, wie ich die abändern werde, wenn ich sie abändere. Aber ja, die ist leider ein Ticken zu groß. Ansonsten hätte ich sie wirklich schön gefunden mit dem Oberteil. Also ich finde sie trotzdem schön, aber passen wäre besser. So, ich habe vorhin noch ein Kleid vergessen und das ist mein Lieblingskleid. Das ist das absolute Wow-Kleid. Ich sage euch, es ist zwar in schwarz, aber ey, why not Senorita-Kleid durch und durch. Seht ihr das? Dieses wunderschöne schwarze Kleid, das hier auch so schräg verläuft. Hier zwischen ist so ein bisschen durchsichtig. Das ist so eine Spitze, die so ein bisschen durchsichtig ist. Die Spitze haben wir auch hier oben bei den Boops. Oben haben wir auch Spitze und das sieht so schön aus und es passt perfekt. Dieses Kleid passt perfekt. Das habe ich in der Größe S geholt, weil da stand, dass es stark sich dehnt. Und das ist wirklich so. Es ist ein stark dehmbares Kleid und es sieht angezogen einfach nur perfekt aus. Ich liebe das Kleid jetzt schon gleich. Dann habe ich noch ein Kleid, das ich auch sehr, sehr schön finde, wo ich aber sagen muss, was ich schade finde, ist, dass es mir nicht zu 100% passt. Also es passt mir so zu 80%, würde ich sagen. Das ist dieses schwarze Kleid. Das ist auch so ein Wollkleid. Das ist in schwarz, V-Neck, äh, nicht V-Neck, doch, es ist ein V-Neck. Mit den Trägern hier ist halt auch Woll, habe ich schon gesagt. Kommt mit dieser Bedruckung oder Bestickung. Das ist, ja, leider passt das nicht so, wie es passen sollte, meiner Meinung nach. Ich überlege, dass, ich habe ja die Nähmaschine, wie ich schon erwähnt habe, und ich überlege so ein bisschen was an der Seite wegzunehmen. Und es kommt hier unten auch mit so einer Art Rüchen. Und das habe ich in der Größe M geholt. Das hätte, in der S wäre hier perfekt. Vielleicht hole ich mir das nochmal in der S, vielleicht nähe ich es auch einfach um. Ich weiß es nicht, aber es ist ein wunderschönes Kleid. Und diese Blümchen hat man nur vorne, hinten ist es ganz plain schwarz. Aber es ist ein sehr, 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 sehr schönes Kleid. Leider auch, wie gesagt, leider auch in Wolle. Ist eher was für den Herbst. Als nächstes habe ich dieses wunderschöne kleine Oberteil. Aber es passt mir leider nicht so gut. Es ist mir hier unter dem Boops so. Es ist mir leider etwas zu groß, etwas sehr zu groß. Aber ansonsten ist es so schön. Seht ihr das? Hat halt diese Ärmel. Dann hat man hier diese, was man hier so zusammenbinden kann. Dann hat man unter dem Boops auch nochmal so einen Verlauf. Von demselben Stoff wie hier an den Ärmeln. Oder an dem, ja, an den Ärmeln, würde man sagen. Ich weiß es nicht. Es ist beige und es hat auch so eine Blümchen. Ich glaube, ich liebe Sachen mit Blümchen, wie man sehen kann. Die Sachen mit Blümchen. Und hinten kommt es mit einem Reißverschluss. Ich muss sagen, die Reißverschlüsse bei denen sind robuste Reißverschlüsse. Es ist nicht dasselbe wie diese zare Reißverschlüsse. Die kleiner sind als mein Leben. Die schneller kaputt gehen als alles andere. Diese Reißverschlüsse sind hier robust. Das habe ich geholt in einer, weil ich wusste nicht genau wegen der Boops und sowas. Das habe ich geholt in einer XL. Aber hier hätte auch eine L, glaube ich, gereicht. Oder eine M. Weil, obwohl, die Boops passen schon ganz gut. Aber wie gesagt, weiter drunter passt das halt einfach nicht. Aber das Oberteil werde ich sowas von selber umnähen. Also hier so kleiner nähen so ein bisschen will ich das. An den Seiten. So, dass ich das auf jeden Fall tragen kann. Ich hätte es auch zurück schicken können, aber ich war mir, das war mir alles zu, ne. Ich nähe es einfach um. Ich nähe es mir passend. Und dann ist es in Ordnung. So, als nächstes habe ich dann diese wunderschöne Corsage. Oh mein Gott. Erstmal, dieser Stoff erinnert mich an diese Stoffe von alten Leuten. Kennt ihr die? Diese Stoffe? Ich weiß nicht. Diese Beutel. Das sind so Beutel gewesen. So mit Katzen drauf. Dieser Stoff davon ist derselbe, glaube ich, wie der Stoff, der hier verwendet worden ist. Aber hier sind Blumen drauf. Und es erinnert mich so an Renaissance. Irgendwie gibt mir Renaissance-Vibes und all sowas. Es ist diese Corsage. Hinten ist die, ist ein ganz anderer Stoff. Plain mit einem Bombenreißverschluss dran. Die passt mir auch ganz gut eigentlich. Ich habe sie in der Größe L geholt. Hat hier oben so Raffungen. Seht ihr das? Und die sitzt einfach sehr, sehr süß. Die sitzt richtig süß. Über diese Corsage bin ich so froh. Ich finde die so schön. Bei denen so Oberteile sind einfach, oh, einfach nice. Also nice, nice. So, als nächstes habe ich dieses kleine Oberteil. Das habe ich einfach so geholt. Es ist auch nichts Besonderes, würde ich sagen. Mit dieser Musterung dran. Mit dem Blau. Die Farbe finde ich eigentlich ganz schön, weil es ist so ein Ocker, würde ich schon sagen. Kann man gut kombinieren mit so einem schwarzen Rock oder sowas. Hinten hat man so eine... Hinten ist es sehr dehnbar. Also das kann jeder tragen. Ich habe das in einer M geholt, weil ich habe halt schon große Oberweite. Und dadurch hole ich immer meine Oberteile eigentlich eher in einer M. Viel ist dazu nicht zu sagen. Es ist halt so ein süßes, kleines Oberteil. Ihr seht es ja da auch im Video. Kann man gut mit vielen Dingen kombinieren. Finde ich ganz schön. So, als nächstes habe ich dieses wunderschöne Oberteil. Auch hier haben wir diesen Stoff. Wie den von der Corsage. Hier mit so anderen Blumen natürlich als dem anderen da. Und dazu wurde ein neuer Stoff genommen. Dazu wurde halt so ein anderer Stoff genommen. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich kann ihn nicht mal beschreiben. Der ist eigentlich so durchsichtig, der Stoff. Seht ihr das? Aber es wurde noch so ein festerer Stoff drunter genäht. Und es wurde so gerafft, sodass es so aussieht, als ob das so fällt. Und ich bin verliebt in dieses Oberteil. Es ist ein wunderschönes Oberteil. Und es passt eigentlich auch ganz gut. Vorne sieht es halt so aus. Hinten haben wir auch mit dem Reißverschluss einen super guten Reißverschluss. Und das habe ich in der Größe M geholt. Und darüber bin ich auch froh, weil es wirklich passt. Passt einfach. Muss nichts dran machen. So, als nächstes habe ich dieses kleine weiße Oberteil mit dem Gangchen. Das erinnert mich irgendwie an eine teure Marke. Welche Marke, weiß ich nicht. Irgendwie erinnert es mich daran. Und ich glaube, das war ein Two. Also es waren zwei Teiler. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es noch mit dem Rock kommt. Aber ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls sieht das so aus. Ich habe nur das Oberteil halt. Ich habe das in einer Größe... Größe, wo bist du? Ich habe das in einer Größe S geholt. Und das passt eigentlich auch ganz gut. So ist halt ein Crop Top. Hinten nichts Besonderes. Vorne hat man wirklich das Spiel. Und es verläuft auch hier unten so in so einem verkreuzten... So überkreuzt sich so ein bisschen hier unten. Und ja, es ist halt ein legieres Oberteil. Der Stoff ist auch sehr schön. Sehr, sehr dehnbar. Ist ein sehr guter Stoff, denke ich, für den Sommer. Weil der so... Ist ein leichter Stoff. Merkt man zwar nicht so am Anfang. Also man denkt das nicht, wenn man es anguckt. Aber es ist ein leichter Stoff. Ein guter, leichter Stoff für den Sommer. Perfekt. Dann habe ich mir noch dieses coole Jeans-Oberteil geholt. Und es ist einfach nur 100% Jeans. Ich finde das bombe. Ich finde das einfach nur hammermäßig nice. Ich habe das geholt in einer Größe L. Und zum Glück habe ich das in einer Größe L geholt. Ihr seht es auch da, wie man es trägt. Mit dieser Schnürung hier. Es ist einfach ein Bomben-Oberteil. Mit den Details hier. Und hier ist es halt so ausgefranst auf der Seite. Man hat diesen Bund. Man hat diesen extra Knopf hier noch. So ein Hingucker. Ich liebe das Oberteil. Ich liebe es einfach. Es ist einfach so nice. Das kann man auch richtig gut kombinieren. Mit einer Jeans. Oder mit einem Rock. Oder ich weiß nicht. Es ist einfach ein Bomben-Oberteil. Ich liebe es jetzt schon. Es ist wirklich robust. Das Jeans gibt auch nicht nach. Deswegen habe ich das, glaube ich, in der Größe geholt. Ja. Einfach ein Bomben-Oberteil. Ich liebe es. Es ist... Ich liebe es. Ich kann es kaum noch abwarten. Das zu stylen. So, dann habe ich mir noch dieses kleine, einfache Oberteil geholt. Es ist wirklich nichts Besonderes. Es ist schwarz. Es ist auch so leichtes Wollematerial so ein bisschen. Hat einen V-Ausschnitt, wie man sehen kann. Ich habe das in der Größe M geholt. Es passt auch gut. Was ich ganz süß fand, war das hier unten mit dem Weiß und dem Beig. Fand ich eigentlich ganz süß. Also es ist so ein legeres, kleines Oberteil. Dann habe ich mir noch diese Corsage geholt, die mir leider nicht passt, weil sie mir zu groß ist. Yes. Sie ist mir viel zu groß. So sieht sie von vorne aus. Ich habe sie in der Größe... Ich habe sie in der Größe L geholt, leider. Schaut mal mit der Bestickung. Und das Material ist zwar dünn. Es ist wirklich ein dünnes Material. Aber für den Sommer perfekt. Und das Coole ist, dass man sie hinten selber schnüren kann. Das fand ich halt so nice, dass man sie selbst schnüren kann. Aber also Leute, wie gesagt, hat hier hinten so eine Schnürung. Aber wenn es zu groß ist, dann bringt so eine Schnürung einfach gar nichts. Deswegen habe ich auch dieses Teil nicht anprobiert. Aber ihr seht da auch das Bild, wie es aussehen sollte. Genau. Ich werde... Wegen dieser Corsage habe ich mir eine Nähmaschine geholt, okay? Damit wir die auf jeden Fall bearbeiten. Safe. So, was ich noch geholt habe, ist dieser Bikini. Ich mache euch mal hier ein Bildchen. Natürlich habe ich ihn nicht anprobiert. Aber es ist dieser wunderschöne Bikini in dieser wunderschönen Farbe. Und my skin, like... Das wird... Das wird... Das wird... Das wird anders. Ich habe den in der Größe M geholt. Und dieses Oberteil, wie ihr auch da auf dem Bild sehen könnt, hat hier so eine... Seht ihr das? Und ganz ehrlich, wenn es irgendwann mal so rostig ist und too much, kann ich das einfach wegmachen. Und dann habe ich nur noch dieses Bikini-Oberteil, aber ihr seht es da. Voll süß, ey. Mit diesem Hardware in Gold. Und dasselbe habe ich auch... Okay, bei dem Schlipper kann ich... Doch, wo? Ich könnte es dann zusammennähen, wenn ich das Zeug an der Seite abmache. Aber das ist der Schlipper. Der ist ein bisschen knapp. Aber wenn wir im Urlaub sind, ist es in Ordnung. Oh, das ist okay. Den habe ich in der Größe M auch geholt. Ihr seht es da, wie der aussieht. Ich fand das einfach mal was anderes, was Schönes. Die Farbe ist einfach Sommer. Die Farbe ist einfach... Und Melanin Skin, like... Period ist diese Farbe. Deswegen habe ich mir das auch noch geholt. Und die Qualität ist wirklich super. Also ich wollte es dir auch mal was anderes holen. Qualität ist gut. Man kann sich da Schwimm-Sachen holen. Dann wollte ich auch noch Schuhe bei denen probieren. Weil ich habe ja beim letzten Mal nur Klamotten geholt. Deswegen habe ich mir diese goldenen Schuhchen geholt. Und am Anfang in einem meiner Vlogs meinte ich, Gold, die wirkt ein bisschen billig. Weil dieser Goldglanz ist halt ganz schön glänzend. Aber ich hatte diese Schuhe schon an. Mit einem Look. Es sah bombastisch aus, okay? Ich mache euch mal kurz hier ein kleines Bild hin. Die sahen perfekt aus. Nicht billig. Nichts. Die sehen einfach nur hammermäßig. Die sehen einfach Bombe aus. Ich habe sie in der Größe 37, weil ich keine Füße habe. Aber ja, das sind die goldenen Schuhe. Oh mein Gott. Und der hier ist auch nicht zu hoch, was ich sehr gut finde. Man kann den ganzen Tag damit laufen. Ich hatte auch keine Fußschmerzen oder sonst irgendwas. Okay, ich war jetzt... Es waren vielleicht... Wie lange waren es? Vielleicht vier Stunden. Vier Stunden kann man gut durchhalten ohne irgendwas. Also kann ich empfehlen die Schuhe. Dann, zu guter Letzt, Leute, habe ich mir eine Tasche rausgesucht. Weil ich wollte auch gucken, was hat es mit den Taschenaufsicht? Wie ist die Qualität? Und einen Glück habe ich das gemacht, denn die Quality ist einfach... Was ist das? Wartet mal, ich packe das mal hier aus. Like... Oh mein Gott, was ist das für eine süße Tasche, Leute? Sagt mir, was ist das für eine süße Tasche? Da steht auch Cider drauf, in Silber. Qualität, okay, die Qualität. Okay, Leute, die Qualität ist Hammer. Der Jeansstoff, dieser Jeansstoff, diese Qualität. Und dann mit diesen glitzerfunkelnden Halterungen hier oben. Qualität ist Bombe, okay? Die Tasche ist nicht besonders groß. Da ist jetzt kein Fach drin oder sonst irgendwas. Aber wir haben hier so eine zum Zumachen der Tasche. Zwar auf beiden Seiten ist das da. Und man kann die Tasche auch mit so einer Halterung hier verlängern. Qualität ist so heftig. Ich war da... Ich bin immer noch buff deswegen. Und die Tasche ist halt einfach auch so eine mega süße Tasche. Eine mega süße Tasche. Einfach, das ist hier Zara-Qualität. Ungelogen. Das ist Zara-Qualität. Aber nicht Zara-Preis-like. Die Tasche ist wirklich wunderschön. Die liebe ich. Also man kann sich da auch Taschen bestellen. Man kann Schuhe bestellen. Und man kann Badesachen bestellen. Ich habe es getestet. Es ist wow. Wow, wow, wow. So Leute, das war es dann mit meinem Shop Cider Haul. Ich verlinke euch natürlich alles wieder wie immer unten. Damit ihr die ganzen Sachen findet. Wenn euch solche Videos gefallen, dann freue ich mich sehr darüber. Wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für nochmal tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach in meinem nächsten. Tschüss, dann. Peace. 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 Peace.